Beständigkeit in Güte Wenn auch irgendjemand dir gegenüber Tadelndes sagen würde, dir mit der Hand einen Schlag versetzte, mit Erdklumpen einen Schlag versetzte, mit dem Stock einen Schlag versetzte, mit dem Schwert einen Schlag versetzte, so müsstest du selbst da alle weltlichen Willensregungen, alle weltlichen Eindrücke abtun. Selbst da hast du dich so zu üben. Mein Denken wird eben nicht einen Wechsel erleiden und nicht wird ein böses Wort mir entfahren. Mitleidsvoll werde ich bleiben, liebevollen Gemüts, nicht gehässigen Herzens. So hast du dich zu üben. So hast du dich zu üben.